Musik Auf dem Trierer Petrisberg fangt am 17. September 2011 zum ersten Mal ein spektakuläres Lichterfest statt. Bereits eine Stunde vor Eröffnung begehrten mehrere hundert Besucher auf Einlass. Unter dem Titel Garten Lichterfest wurden über 600 Lichtelemente bestehend aus hölzernen Rahmen und durchscheinendem Papier von über 1.000 Kindern, Jugendlichen und Studenten gebastelt. Dieses außergewöhnliche Event zog über 6.000 Besucher an. Das Schönste daran, der Eintritt war kostenlos. Das es so alles zu sehen gab, könnt ihr euch nun in den nächsten 23 Minuten anschauen. Ich wünsche viel Spaß! Das ist irgendetwas anderes, da kommen bestimmte Netzhütteln, da ist es so zum Beachvolleyball. Das ist irgendetwas anderes, da kommen bestimmte Netzhütteln, da ist es so zum Beachvolleyball. Das ist ja immer noch ein bisschen, da kommen die Leute, die haben ja auch ein bisschen nimmts. Die kann ja gar nicht anlaufen werden. Und sie dann dann da springen. Da ist es so ein bisschen kurz. Das ist super, das ist super, das ist super. So, wunderbar. Nee, na? Ja. Ja. Na? Na? Na, na. Na, na. Na, na. Na. Na, na. Na. Na, na. Na, na. Na, na. Na, na. Na, na. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.